Wir sind das Fechtzentrum Berlin und wir betreiben die wunderschöne und vielseitige Sportart Fechten. Fechten ist eine Kapssportart. Wir sind sehr hart zueinander, aber auch sehr ehrlich und das ist eine tolle Gemeinschaft. Wir gehen durch dick und dünn und gerade beim Fechten ist das ganz wichtig. Im letzten Jahr haben wir den Deutschlandpokal gewonnen. Das ist ähnlich wie der DFB-Pokal, halt nur für das Amateurfechten. Da sind wir sehr stolz darauf. Das haben wir nicht zum ersten Mal gemacht, aber im Finale der besten Acht haben wir uns dann durchgesetzt und das ist eine coole Sache. Wir haben auch noch andere Erfolge errungen, auch Einzeltitel, also jede Menge. Wir sind das beste Team der Hauptstadt, weil hier jeder für jeden die Kohlen aus dem Feuer holt und wir gemeinsam sowohl Niederlagen ertragen, als auch Siege feiern können. wir sind auf die Seite für heute. Dann haben wir uns dann auch noch ein kapses Bild-Das, aber wir wollen uns dann eben nicht zum Vul Hermann. und ich bin einfach nicht. Wir machen das mit dem Feuer und dünnem. BussiEing. 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 BussiEing.